Alle hören gestern im Wagen an. Nichts geändert bis hier, oder auch nicht mehr durchdenken. Ich bin Max. Weil jetzt kommen die wieder alle in der Welt. Ja, alle Lüchter. Im 19 und auch immer nicht erwachsen. Im 19 und auch immer nur ein kleiner Gerne-Groß. Der Kopf noch immer voll mit tausend Faxen. Die Witze flächeln oft auf Niveau los. Verantwortungsvoll handeln ist oft schwierig. Weil das Kind in dir nichts bis zu oft gewinnt. Der endet hoch, der bitter und langweilig. Ich wär gern groß, doch auch noch gern ein Kind. Ich wär gern groß und auch noch gern ein Kind. , das istv Heat induced. Ich wär gern fond. Und das ist ein Kind. Ich wär gern bereit. Und ich war dein Kind. Und ich wär gern tief. Ich wär gern viel, dass du mit nachdenkenst. Na klar war ich rund 10 nach 1 daheim, was du verbockt hast, wird zurecht gewogen. Du stehst nicht gern für deine Fehler. Lass mich mal, ich kann das ganz alleine, den Satz hast du schon früher oft gesagt. Doch trotzdem merkst du stets, wie die meine, selbstständig reizt, zumal auch an dir nahm. Selbstständig reizt, zumal auch an dir nahm. Himmel sein ist nicht leicht, welche zeigen und du musst nichts bereuen und dir muss nicht peinlich sein. Riech mich hin, du weißt, dies musst du selbst entscheiden, ob bewusst, ob unbewusst, lebe einfach, lass dich darauf ein. Musik Freunde, wir nehmen den Mut, aus der schönen Heimat sein, wir euch macht es gut, dass ihr immer feiern geht und immer ordentlich eingeht. Wenn ihr euch erinnern könnt, dann wisst ihr, ihr habt nicht licht. La, 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 la Und du musst es freuen und du musst es bald nicht sein. Du, ich passt, Alter. Hey, ich bin der Neue, ja, Gott. Ich bin der Neue, ich bin ich spült. Oh, Mann. Ah, zehn. Hey, nicht weiß ich wieder. Wir loschen jetzt. Wir müssen das jetzt aufnehmen. Oh, das ist eh kacke. Alter, das kann ja kein Mensch lesen dahinten. Ach, Leute schon. Den Tag warst du so. Was soll ich sagen? Das ist die, oder? Ich weiß, Maul und Spiel. Ich weiß noch, ich werde mich verinnern oder auch nicht. Morgen war ich gestern. Was laufst du? Ist das cool? Wir haben gar nicht aufgeklärt, ob wir in der zweiten Stimme sind. Das ist wahrscheinlich gar nicht, ich hätte mir aber so gemacht.